Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, mein Name ist Michael Zeisberg, ich bin der Direktor der Klinik für Nephrologie und Rheumatologie hier an der Universitätsmedizin Göttingen und zum Welt-Nieren-Tag möchten wir auf Nierenerkrankungen aufmerksam machen und informieren. Und zu diesem Zweck werde ich Ihnen zehn Fragen, die mir häufig von meinen Patientinnen und Patienten gestellt werden, zum Thema Nierenerkrankungen beantworten. Die erste Frage, warum sollen wir überhaupt an die Niere denken? Ein einfacher Antwort, circa zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben eine gestörte Nierenfunktion, das ist häufig. Warum ist das für die Betroffenen relevant? Erstens, diese chronische Funktionsstörung kann voranschreiten und die Patienten müssen an die Dialyse. Zweitens, das ist weniger bekannt, eine Nierenerkrankung ist ein deutliches Risiko für eine Gesamtsterblichkeit und insbesondere ist eine Nierenerkrankung so eine Art Turbo für Herzerkrankungen und vaskuläre Erkrankungen, die dann deutlich die Sterblichkeit erhöhen. Insgesamt sind chronische Nierenerkrankungen die zwölfhäufigste Todesursache weltweit und die Tendenz steigend. 1990 war das noch Rang 17. Ganz einfache Frage, welche Funktion hat die Niere überhaupt? Das ist wichtig, um später einschätzen zu können, wie die Patienten betroffen sind und wie darauf reagiert werden muss. Die bekannteste Funktion der Niere ist die Entgiftung. Die Niere funktioniert wie eine Art Kaffeefilter. Große Partikel im Blut werden zurückgehalten, kleine werden ausgeschieden im Urin. Vielleicht genauso wichtig, aber schon weniger bekannt ist, dass die Niere auch den Wasser- und Salzhaushalt reguliert. Wenn man einmal darüber nachdenkt, nur durch die Niere ist es möglich, dass Säugetiere überhaupt an Land leben, weil die Niere Wasser konzentriert und zurückhalten kann. Ganz besonders wichtig, die Niere scheidet Säuren aus und entscheidet darüber, ob der Körper übersäuert. Die Niere ist ein sehr gut durchblutetes Organ und merkt, wie viel Blut durchfließt und reguliert dann den Blutdruck, indem Hormone abgesondert werden, die Gefäße zusammenziehen. Also man braucht die Niere, um Blut regulieren zu können. Ein weiterer Punkt ist die Blutneubildung. Die Niere macht Erythropoietin. Das ist das Hormon, was zum Beispiel beim Doping bekannt wird, um rote Blutkörperchen zu bilden. Das ist der einzige Ort im Körper, keine Niere, keine Bildung von roten Blutkörperchen. Und zum Schluss, die Niere ist der Ort im Körper, wo Vitamin D aktiviert wird. Das heißt, die Niere regelt den Knochenhaushalt in der Weise, wie die Verkalkung des Knochens aussieht. Darauf ableitend, was passiert denn eigentlich, wenn die Nierenfunktion gestört ist? Da sieht man schon, die Niere hat viele Funktionen und jede Nierenerkrankung ist deshalb als eine Erkrankung des ganzen Körpers anzusehen. Wenn die Entgiftung nicht funktioniert, sammeln sich Giftstoffe im Körper an. Das bezeichnen wir als Uremie. Von großer Bedeutung, wenn die Niere Wasser nicht ausscheiden kann, überwässert der Körper. Das macht große Herz- oder Atemprobleme. Wenn der Salzhaushalt gestört ist bei Nierenerkrankungen, dann werden insbesondere die Balance, den Salz, Natrium und Kalium gestört. Bei Nierenerkrankungen droht der Körper zu übersäuern. Ganz typisch für Nierenerkrankungen ist ein erhöhter Blutdruck, was wir als Hypertonie bezeichnen. Wenn die Niere krank ist, sind Patienten blutarm, weil die Blutbildung gestört ist. Und besonders wichtig, häufig unterschätzt, der Knochen wird abgebaut, das Kalk muss sich aber woanders ablagern, nämlich in Blutgefäßen. Also ein gestörter Knochenhaushalt bei Nierenerkrankungen ist ein ganz starker Multiplikator von Gefäßverkalkungen. Was sind die Symptome einer Nierenerkrankung? Die Antwort ist gar nicht so einfach. Die Niere tut viele Dinge. Es gibt also kein einziges Leitsymptom und nichts davon tut weh. Die Uremie, also die Ansammlung von Giftprodukten, führt am ehesten zum allgemeinen Unwohlsein, Appetitlosigkeit, manchmal zu Juckreiz, aber erst in weit fortgeschrittenen Stadien. Überwässerung. Der Patient merkt, dass er Gewicht zugenommen hat. Es bilden sich Schwellungen entweder an den Beinen oder am ganzen Körper. Das bezeichnen wir als Ödeme. Wenn die Salze, Natrium, Kalium aus der Balance kommen, merkt man meistens auch allgemeines Unwohlsein, wenn überhaupt. Eine Übersäuerung wird als allgemeines Unwohlsein wahrgenommen. Erhöhter Blutdruck kann manchmal Kopfschmerzen oder Schwindel machen. Eine Blutarmut führt am ehesten zu allgemeiner Schwäche und fehlender Belastungsfähigkeit. Und eine Knochenschwäche hat eigentlich keine Symptome, es sei denn, es kommt zum Knochenbruch. Das Problem ist also, Nierenerkrankungen tun nicht weh, machen wenn überhaupt unspezifische Symptome und werden deshalb von den Patienten meist viel zu spät wahrgenommen. Ich sagte, Patienten merken viel zu spät, dass sie Nierenerkrankungen haben. Wie können sie denn erkennen, dass ihre Niere krank ist? Eigentlich geht das nicht ohne Laborbestimmung und hier ist mein Rat an sie, sie müssen ihr Labor kennen. Ich will Ihnen das hier einmal veranschaulichen. Die Nephrologen benutzen diese folgende Tafel, um das Risiko ihrer Patientinnen und Patienten einzuschätzen. Grün bedeutet gut, Rot bedeutet hohes Risiko, eine Dialyse zu müssen oder zu versterben. Gelb bedeutet Gefahr. Das richtet sich einmal nach der Entgiftungsfunktion des Körpers. Der Nephrologen nennt dazu diese Stadien und an der Eiweißausscheidung. Das, was ihr niedergelassener Arzt typischerweise misst, ist einmal das Kreatinin im Blut und er kann ein Urinsticks machen. Und die Werte, die man da bekommt, sind für das Kreatinin meistens von 0,8. Das wäre ideal. Ansteigend, sehen Sie hier, 2,6. Das wäre schon tiefrot. So ein Urinsticks gibt die Befunde negativ, einfach positiv, zweifach positiv, dreifach positiv. Das wäre alles hier. Das, was Sie wissen müssen, ist, wenn Ihr Kreatinin über 1 ist, dann kommen Sie automatisch in diesen gelben Bereich. Da heißt es Obacht nehmen, insbesondere, wenn auch noch Eiweiß im Urin ist. Wird das übersehen, passen Sie selber auf. Meine Take-home-Message für Sie ist, kennen Sie Ihr Serum Kreatinin und merken sich die Zahl 1. Alles über die 1 ist potenziell gefährlich. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, ist dann eine leichte Nierenerkrankung schlimm? Weil die tut ja nicht weh. Ich merke davon nichts. Und ich habe Ihnen gerade erklärt, ich brauche das Kreatinin, um die überhaupt zu erkennen. Ich möchte Ihnen mal, dass an diesem Beispiel, das sind fiktive Beispiele darstellen. Was ich Ihnen hier aufgemalt habe, ist das folgende. Das ist die Nierenleistung auf einer Skala von 0 bis 150. Das ist ideal. Das ist das Alter, 30 bis 80. Und das, was wir hier darstellen, ist, dass bei jedem Menschen ab dem 30. Lebensjahr die Nierenleistung relativ konstant abnimmt. Das ist, was hier in dieser grünen Kurve dargestellt ist, in einem durchschnittlichen Patienten-Kollektiv. Im Alter von 30 bis 80 Jahren nimmt die Funktion ab. Das Kreatinin kann aber immer 1,0 bleiben. Das heißt, Sie verlieren über ein Drittel der Nierenleistung, ohne überhaupt etwas davon mitzubekommen. Hier ist dargestellt, ab wann Sie dialysieren müssen. Der normale Mensch bleibt weit davon entfernt. Diese Kurve ist natürlich schwankend zwischen verschiedenen Menschen. Wer von Veranlagung schon kleinere Nieren hat, startet auch niedriger. Der Verlust der Funktion ist in etwa gleich über das Leben. Wer von Geburt an kleinere Nieren hat, der kommt schon etwas dichter an die Dialyse. Wenn Sie jetzt eine dauerhafte Erkrankung haben, wie eine Zuckererkrankung, die den Abfall ganz einfach beschleunigt, Sie kommen jetzt von der grünen in die lila Kurve, dann sind Sie im Alter von 30, 40, 50 Jahren immer noch normal. Aber 20 Jahre später, wenn Sie nichts tun, besteht ein sehr hohes Dialyserisiko. Wir müssen also in langen Zeiträumen denken und frühzeitig einschreiben. Ganz ähnlich, dieser Patient hätte vielleicht ein akutes Ereignis, ist gut gestartet, hat jetzt ein Problem gehabt, die Nierenleistung ist abgefallen und jetzt geht er wieder der ganz physiologische Abfall der Nierenfunktion weiter und der nährt sich gefährlich der Dialyse. Sie müssen also immer vorausschauend denken, dass Sie hier sind im Alter von 40, bedeutet nicht, dass Sie später kein Problem kriegen, weil Sie diesen normalen Verlust der Funktion einordnen müssen. Also eine leichte Nierenerkrankung ist auch sehr ernst zu nehmen. Wir müssen langfristig denken. Da habe ich schon darauf hingewiesen. Die Niere hat jetzt so viele Funktionen, wie beeinflusst eine kranke Niere denn den Rest vom Körper? Uremie ist für viele Organe schlecht, kann im Extremfall zu Herzbeutelentzündung führen. Viele Stoffwechselprozesse im Körper funktionieren einfach nicht, wenn Gifte im Körper sind. Ganz akut gefährlich kann diese Überwässerung werden. Die Niere scheidet das Wasser nicht aus, das Herz wird überlastet, es kommt dauerhaft zur Herzschwäche und Wasser kommt in die Lunge. Eine Störung von Kalium- und Natriumbalance kann zur Herzrhythmusstörung im Extremfall sogar zu Herzstillstand führen. Das gleiche wie eine Übersäuerung, weil das wiederum die Salze, das Kalium ansteigen lässt. Dauerhaft erhöhter Blutdruck ist deswegen gefährlich, weil es auch zu Herzüberlastungen führt oder Schlaganfällen. Anämie ist nicht gut. Der Patient nimmt seit Schwäche wahr, kann aber auch zur Blutunterversorgung, im Extremfall auch zur Atemnot oder Herzinfarkten führen, weil nicht genug Sauerstoff in die Organe kommen. Und ganz häufig unterschätzt diese veränderte Gefäßverkalkung, weil der Kalk nicht richtig in die Knochen abgelagert wird, der Körper den Kalk nicht ausscheiden kann, sondern in den Gefäßen ablagert. Ganz hoher Risikofaktor für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Aus diesem Grund sind Nierenerkrankungen aus meiner Sicht immer als Systemerkrankungen anzusehen. Wir haben hier einen interdisziplinären Ansatz, insbesondere mit der Kardiologie im Herzzentrum, dass der Patient als Ganzes gesehen werden muss. Ganz allgemein, was sollte der behandelnde Arzt tun, wenn er eine Nierenerkrankung richtig diagnostizieren will? Es werden immer in zwei Richtungen gedacht werden müssen. Das eine ist, man muss an die Niere denken, nämlich die Frage stellen, warum ist die Niere eigentlich krank? Die zweite Frage, die immer gestellt werden muss, ist, welchen Einfluss hat jetzt diese Nierenerkrankung auf den Rest vom Körper? Die Folgeschäden der Nierenerkrankung. Um die Nierenerkrankung richtig zu diagnostizieren, brauchen wir eine richtige Krankengeschichte. Wir müssen immer viel Blut analysieren. Jeder Nephrologe untersucht Urin. Eine Sonographie gehört dazu. Und aus meiner Sicht sehr wichtig, um eine Nierenerkrankung richtig diagnostizieren zu können, braucht man in den meisten Fällen eine Nierenbiopsie. Die Folgeschäden. Immer dazu gehört eine Blutgasanalyse. Wir müssen den Knochenstoffwechsel untersuchen. Gucken, wie gut das Blut neu gebildet werden kann. Und was immer dazu gehört, ist der Gefäßstatus des Patienten und der Herzstatus. Erst dann ist die Diagnostik komplett. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir ganz analog bei der Therapie auch in zwei Richtungen denken. Einmal wollen wir verhindern, dass die Nierenerkrankung voranschreitet. Und ganz unabhängig davon müssen wir die Folgeschäden im ganzen Körper unterdrücken. Um die Nierenerkrankung selbst zu stabilisieren, gibt es wieder zwei Richtungen. Das eine ist, ist die Niere zum Beispiel entzündet, müssen wir eine antientzündliche Therapie machen. Aber wir müssen auch die anderen Komorbiditäten, wo wir wissen, dass sie schlecht für die Niere sind, wie Herzschwäche oder Diabetes, immer mittherapieren. Also immer zwei Therapierichtungen, immer an den ganzen Patienten denken. Und um die Folgeschäden zu kontrollieren, muss der Knochenstoffwechsel eingestellt werden. Blutdruckbildung, Blutbildung muss zum Beispiel durch die Gabe von Erythropoietin kontrolliert werden. Blutdruck muss eingestellt werden und ganz wichtig, auf die Herzschwäche muss geantwortet werden. Das sind die Aufgaben Ihres behandelnden Arztes. Ganz zuletzt, was können Sie für sich tun? Das Allerwichtigste ist Ausdauer und Disziplin. Ich glaube, ich habe Ihnen dargestellt, dass das Problem ist, dass man von der Nierenerkrankung zunächst wenig mitkriegt. Das tut nicht weh, wie ein Herzinfarkt oder eine Räumerkrankung und beeinträchtigt Sie nicht sofort, wie zum Beispiel ein Asthma. Das heißt, von dem direkten Therapieerfolg bekommt der Nierenpatient wenig mit. Und wir müssen sehr langfristig denken, häufig über 10, 20 Jahre. Patienten mit Nierenerkrankungen haben im Durchschnitt die meisten Medikamente, bis zu 10 verschiedene Wirkstoffe. Und ich verstehe das Problem, die wirklich diszipliniert über Jahrzehnte einzunehmen. Das ist aber das Entscheidende. Gewichtskontrolle ist wichtig. Ein schweres Übergewicht alleine reicht schon aus, um die Nierenfunktion zu schwächen. Ein Idealgewicht sollte angestrebt werden. Ausbalancierte Trinkmenge ist wichtig. Häufig besteht der Irrglaube, dass viel Trinken die Niere spülen würde. Erinnern Sie sich daran, dass die Niere eigentlich ermöglicht hat, dass der Mensch an Land gekommen ist, um Wasser einzusparen. Unsere Vorfahren haben eher in der Wüste gelebt. Das heißt, die Niere ist eigentlich dafür gemacht, dass wir pro Tag zwischen 600 Milliliter und einem guten Liter Urin produzieren. Das entspricht meistens einer Trinkmenge von ca. 1,5 Liter. Es sei denn, wir schwitzen sehr viel. Trinkmengen über 2 Liter ist meistens eine extra Beanspruchung für die Niere, die sehr viel Energie verbraucht. Also ausbalanciert trinken, die Niere nicht überstressen. Rauchen ist extrem schlecht für Nierenkranke, auch da es nochmal die Gefäßverkalkung verstärkt. Ernährung ist ein komplexes Thema. Bei fortgeschrittenen Nierenerkrankungen ist Calcium, Phosphat, Eiweiß wichtig. In frühen Stadien oder zur Prävention ist eigentlich auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Zu viel Salz vermeiden, um erhöhte Blutdruckwerte zu vermeiden. Ausdauersport und Sport in Maßen ist gut für die Niere, eigentlich für fast allen Erkrankungen. Und eine besondere Vorsicht sollte gelten bei nierenschädigen Medikamenten. Wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, insbesondere nochmal im Beipackzettel darauf gucken, muss die Dosis angepasst werden, aufpassen insbesondere bei Schmerzmedikamenten wie Diclofenac, dass die selbst die Niere schädigen können. Und damit bitte ich Sie bei weiteren Fragen zu uns. Können Sie gerne uns per E-Mail kontaktieren. Und ich hoffe, dass Sie mitgenommen haben, dass chronische Nierenerkrankungen ein wichtiges Problem sind. Dass Sie leider nicht wehtun. Sie müssen selber auf sich achten. Passen Sie auf die Laborwerte auf, ob Sie ein Risiko für eine Nierenerkrankung haben. Vielen Dank.